321 Kilometer sind nach Dresden und ich glaube bei der Krippe. Aber über die Grenze ungefähr. Also unten an, wir können ja nicht mehr Dresden, Leute unten. Wie gesagt, wir suchen uns jetzt schon nicht so Raststätte, da werden wir stehen. Das ist genau unsere. Okay. 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 Was für ein Gasabbruch schalten oder was? Ich glaube schon das ist ja extrem stark. Das ist auf jeden Fall gerade passiert. Ich bin abgerutscht. So. Ich brauche einen Parkplatz. Hier können wir... ...schlaufe Platz. So. Es geht in die letzten 600 Kilometer. Das ist nicht geschaut. Wir schauen hier jetzt. Doch Dresden vorbei. Prag runter. Und so sind wir halt auch rumgefahren. Also Dresden ist schon die richtige Adresse. Das wird auch schon beschleunigen. Ja, was ich jetzt auch rechts unten sehe. Die fast 20.000 Kilometer. Also weil wir dort sind. Dann haben wir die 20.000 Kilometer. Marke erreicht mit der Melkere. Anschau aus. Ist auch eingefallen. Ich glaube wir zahlen ja auch keine 11.000. Man kriegt mit der Zahlen jetzt nur 9.000. So. 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 If. So. 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 Dann kommt der Kutzpertbek nur bitte. Aber. Das war's. Das war's. Den überhole ich nicht davon auf jeden Fall. Ja, ich mache auch gerne Werbung. Die Musik, die im Hintergrund läuft, ist auf meinem Kanal natürlich. Gruppeweit. Das ist frei verwendbar für Videos, Livestreams, wenn ihr braucht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So, ganz entspannt habe ich mich jetzt zurückgelehnt hier. So, ganz entspannt habe ich mich jetzt. So, ganz entspannt habe ich mich jetzt. Dresden sind noch 150 Kilometer, beim See vor Dresden schon ein Abbie. So, ganz entspannt habe ich mich jetzt. So, ganz entspannt habe ich mich jetzt. Gut, aber ich lasse jetzt einmal alle machen. So lange ist es nicht mehr. So, die letzten 450 Kilometer. Dann habe ich tatsächlich unsere längste Distanz absolviert. So, ganz entspannt habe ich mich jetzt. 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 Ghetto-Präsident in meinem Pintz. In meinem Pintz Eichelst noch prüfen. In meinem Pintz Streif ich durch Deutschland. In meinem Pintz Fahr ich jetzt ein bisschen zu schnell. In meinem Pintz Rass ich an den LKWs vorbei. Da war gerade ein Teil in Prag. 200 km. Weiter. Hier kommt man von Schroch Pascal aus. Fahrt für uns ein Volvo Anhänger mit einem Volvo? Oder ist das nur der Anhänger? Ich glaube, wir haben es gar nicht. Richtung Prag. Irgendwann stimmt. Irgendwann stimmt. Irgendwann ist das nicht so schwer. In meinem Pintz Dich Bist du den LKW? 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 Willkommen in der Tschechische Republik. 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 Jesus. Ah, das war Tom. Oh, f***. Put it for him. Maybe he is right now. I don't wanna know. No, no, no. I was taking you home. Oh, oh, oh. Oh, oh. So. Es wird ernst, nämlich. Weil es tatsächlich nicht mehr so weit. So. Es geht in den Endspurt. Das machen wir auf jeden Fall in der Folge fertig. Da geht es auch geradeaus Richtung Wien. Hier nach rechts könnten wir wahrscheinlich Richtung Wien fahren. Das ist Richtung Wien. Wow, ja. Das ist ja über Wien. Jetzt Richtung Linz. Da wollen wir aber nicht hin. Hier nehmen... 149 Kilometer Brunnen. Alias Brunnen. Da haben wir 2300 Kilometer überstanden. Generell haben wir gleich 20.000 Kilometer mit dem Actos hier über diese Map hingelegt. Es werden noch etliche kommen. Bis wir uns da wirklich... Wie gesagt. Ich werde mir dann einen vollgepimten kaufen. Wahrscheinlich wird es dann ein Scania oder ein Volvo werden. Aber ich bin da eher bei Scania. Was LKW jetzt betrifft. Und ich fahre mir aber natürlich dann irgendwann als zweiten LKW einen. Der auch nur für mich dann ist. Oder vielleicht lasse ich da auch einen fahren. Aber auch ein Mercedes ein vollgetunten. Und das war wirklich schon so... Ich bin da, das ein Körper auf dem Weg drin und dann ferrt. Ich bin da. Wir müssen uns da ein bisschen geönt. Und das ist das Gegenteil. Und ich bin da. Heute bin ich da. Ich bin gespannt, ob das direkt im Brünnen ist oder ein bisschen außerhalb. Wack, 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 wack. Wack, wack. Wack, wack, wack. Wack, 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 w Und Brünnensee schonmal? 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 Soooo! Da ist es. Sehr schön. Heute letzte Stufe. Das wäre dann... Explosive... Stoffe. Gut. Das war's. Danke. Schauen wir vielleicht noch den Kredit. Ja. Könnten wir noch zurückzahlen. Das sieht perfekt aus. Perfekt auf jeden Fall. Das heißt wir können nämlich jetzt uns auf den letzten Kredit 274.000 konzentrieren. Danke fürs Zusehen. Das sind nur 5.788. Ich glaube das schafft es überhaupt unser Team. Bis gut da dran. Ciao Paa.